Willkommen zurück zu Pokémon Schild, wir sind hier stehen geblieben auf diesem Eisweg und wir kämpfen anscheinend jetzt gegen ein Weimar Ähm, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es ist ein wenig herr, dass Pokémon jetzt kam so eine halbe Woche, fast sogar eine Woche, glaube ich Äh, und anscheinend bin ich paralysiert, ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin Anscheinend war eine Woche zu lang für mich Ich sehe gerade, mein Team ist ziemlich am Arsch, okay Das ist nicht gut, können wir fliehen, passt das Ja, okay, das funktioniert, super Ja, ähm, oh, Kloptopus, nee, wollte ich euch zeigen Das, deshalb war ich noch in dieser Route und hier gibt es auch noch ein paar Ah, das ist Chaocto, das ist die Weiterentwicklung Äh, gibt es noch ein paar Items, ich weiß nicht, ob ich die mir holen will Ich würde auf jeden Fall gerne mal, erst mal in einem Pokémon Center, wenn das okay wäre Und da sind sogar ein paar manntags, wie süß So, und ich habe zurückgewechselt Ah, das Rad wechselt sich automatisch, okay, das ist cool Ja, hier sind ein paar manntags, oder? Heißt die Vornwicklung manntags, ne, oder? Ich glaube schon So, vielleicht finden wir ein Kloptopus Das ist nämlich ein sehr besonderes Pokémon Dann ist es kein Typ Wasser, auch wenn man es nur im Wasser finden kann Hier ist ein Item, ja, da ist eine Riesenpelle Sondern Typ Kampf und noch irgendwas Ich bin mir grad nicht sicher, war es Oh, ich bin ein Trainer, da will ich nicht rein Ah, da, da haben wir einen manntags Manchmal, soweit ich weiß Kann manntags ein Remoray bei sich haben Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein Aber manchmal habe ich schon manntags Ach stimmt, ich habe manntags schon letzte Folge gefangen Da war ja was Hm, okay Ähm, da geht es, glaube ich, weiter Ja, komm, dann machen wir mal weiter Beim Angeln und beim Kämpfen Kommt es in erster Linie auf den richtigen Typ an Das mag schon sein, in manchen Fällen Äh, Wilderfisch Wie die das so mit der Angel so gespissen hat Aber ich will eigentlich gar nicht kämpfen Ich will eigentlich ins Pokémon Center Wie viele Pokémon hat er denn? Zwei Ich hätte Genesung im Notfall Hm, ich weiß gerade nicht Ballerfisch ist nur Wasser, ne? Auch wenn es Giftattacken hat Oh, da war ja was Mit Giftattacken Kacke Nein Äh, es war noch gekommen Du bist noch sehr, äh Fit unterwegs, würde ich sagen Hier, gibt den mal einen Kopfnuss Bin am überlegen, vielleicht Bodycheck wegzumachen, weil Es ist nur leicht stärker als Kopfnuss und es schadet mir selbst Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt Deshalb bin ich tatsächlich am überlegen Nächste Tag, die 2-Lock erlernen möchte, dann auch wirklich zu erlernen Im Gegenzug dazu Ich will Doppelkick nicht riskieren, am Ende macht das fast keinen Schaden Ich bin mit den Typen nicht vertraut, ihr wisst das ja 2-Lock Level 44, das ist nice Watte-Schild Da reden wir schon über neue Tocke, da kennen wir ja was Drastisch Erhöht die Verteidigung drastisch Ja, ja, dann Okay Habe ich nichts gegen Ganz ehrlich Kack Hagel Ein Gufer Was war denn Gufer? Oh lol Das ist auch Sonne und Mond, das Vieh Okay, warte mal, warte, Schild Vorwie noch sterbend Drastisch Das ist besser als Das ist, glaube ich, die beste Variante, die es gibt Oder? Steigt, steigt stark und dann drastisch, glaube ich Von daher ist doch gut, dann kriegen wir jetzt kaum Schaden mehr und dann Ich glaube, man kann das Man kann sogar solche Attacken fünfmal für sich einsetzen oder so Bis das dann keine Wirkung mehr hat Aber sieht ja, wie wenig Schaden ich da jetzt noch Ähm Bekommen, ja Äh, ich würde aber jetzt gerne das Pokémon wechseln, weil ich glaube, ich habe mich das Okay, da sitzt Herdner ein Das heißt, ich schaffe das Routini auch so Routini hat keine High-Attacke, ne? Mh, 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 ne Doch, Synthese Dann machen wir mal Synthese Versuchen wir mal mit Routini was zu reißen, ja Aber wir kriegen eh nicht so viel, weil es ist gerade am Schneiden Und da sieht man, da kriegt man am wenigsten, glaube ich Konter, wow Ich glaube nicht, dass der Konter in diesem Fall viel bringen wird, Gufer So, du kriegst jetzt mal mein Grasmixer auf die Schnute Oh, wow 5% und dann verfehlt es sogar Selbst wenn ich treffen würde, der ist jetzt seine Verteidigung ist jetzt so stark gestiegen Das ist eigentlich stärker Schallwelle, warum habe ich Grasmixer? Ich brauche eine neue Pflanzen, eine Tacke für Routini Vielleicht finde ich ja irgendwann die TM oder so Die Pflanzen-TM Wäre ziemlich nützlich, weil Grasmixer ist mittlerweile nicht mehr so stark Da kann ich einfach ganz als Schallwelle einsetzen und es erledigt auch den Job So, okay Magenkrempler, Aua, das hat aber weh Aber wir haben gewonnen, Juhu So, wir werden, ähm Nicht diese, diese Folge, aber Nächste oder übernächste Folge werden wir auf jeden Fall die siebte Arena machen Da sind wir jetzt nämlich auf dem Weg Das sind wir bald da Mit einem Tenen aus Stacheligen Pokémon zu verlieren ist alles andere als Spitze Oh man Egal wie viel Talent man fürs Angeln hat An einem Ort, an dem sich keine Pokémon-Tummel kann man auch nichts anbeißen Ist das, ist das, äh Welches Pokémon ist das? Ah, das ist Kloptopus hier Das ist Kloptopus Aber ich dachte, das sieht anders aus So blau Wie soll der Weiterentwicklung? Hm Aber das ist Kloptopus Der ist richtig cool Also ich mag sein Design sehr Und ich mag das Pokémon allgemein sehr Ich würde sagen Silien Bremen, mach das mal Ich würde es nämlich gerne fangen Ich weiß gar nicht, wann ich das entwickelt habe Ich glaube schon direkt auf einem Level ab Weil das schon so High Level ist Wir sind ja auch schon Richtung Ende des Spiels Auch wenn es noch das Post-Game gibt Also nach dem Champion gegen Delion Den Kampf Gibt es ja trotzdem noch Content in dem Spiel Was ich euch alles noch zeigen werde Also wir sind dann immer noch nicht fertig Ähm Ich glaube Zauber schon macht am meisten Schaden Bam Ach nein, das ist effektiv Oh, verdammt Das war natürlich Pech Aber wir werden auf jeden Fall noch den Pokédex vollfüllen So, hier gibt es noch Trainer Das Ding ist aber Ich würde lieber ganz kurz in die Stadt Ich weiß nicht, wo die ist Deshalb Wir skippen erstmal alles Wir kommen jetzt gleich wieder zurück Ich will nur ganz schnell in die Stadt Wenn das in Ordnung ist Nein! Oh Gott Oh, schaut doch mal wie süß das ist Man, Tyops Ich finde das so süß Hab ich das eigentlich schon gefangen? Ne, hab ich noch nicht Ist aber jetzt schlecht Weil ich fast kein, äh Leben habe Ich könnte das jetzt gerade nicht fangen So, zack, zack, zack Suchen wir kurz Das Land Nur wo wir langmischen Ignorieren wir alles Lass mich in Ruhe Ich glaube, hier ist die Stadt, oder? Spike Fall ist hier rechts Aber da sind welche Hm Äh Okay, vielleicht müssen wir sogar ganz zurück Lass mich mal auf die Karte schauen Äh, Karte Ich würde sagen Wir fliegen kurz hier hin Ja Dann machen wir nochmal alles von oben und nach unten Denn, ähm Anscheinend gibt's noch sehr viel Bevor wir in die Stadt überhaupt richtig rein können Deshalb, ja ile Boing 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 Nice kein problem so lass mich bitte da wird man das tag und da fängt das spiel anzulegen weil das alles der sonne an muss man kennt da will ich jetzt mit dem fahrrad ja kommen aber mal es gibt ja keine gras oder ich glaube gibt es kein gras wo wollen wir lang rote 9 chester buch mit dem man war schon war schon ich hatte gerne so eine kleine map oder so eine map wo ich halt auf jeden fall ranzoomen kann das fehlt mir einfach noch an dem spiel wie komme ich da lang aber ich habe den item kunden ja eine perle eine relativ kleine perle die ich vom geringen wert ja sobald man hatten wir schon gefangen da kann ich nicht ach ich sehe schon ich sehe schon oder war egal was kann ich weiß wo man es war aber wird schon egal ist dann denke ich genauigkeit des trägers okay ich glaube nicht irgendwas brauchen naja schwamm drüber ach man für schon so war mal jetzt guck nochmal ich habe es schon wieder vergessen habe ich den schon gefangen es hagelt ja nein habe ich noch nicht dann kann ich mal versuchen ihn zu fangen aquawelle sollte denke ich schon mal ist ja nicht sehr effektiv aber ich bin ja trotzdem sehr stark man sehen kann deshalb war das die richtige entscheidung rollis leer macht nicht so viel aber der hagel trifft nicht leider noch aber ihn dafür auch ja pokéball auch ich habe ich habe keine bälle mehr gab es nicht irgendwo ich habe gar keine bälle mehr also mal super ball wieso bin ich drauf gekommen bälle zu kaufen super superwurf unser zweiter superwurf in diesem let's play also wenn man superwurf hat ich habe das noch nie erlebt bei einem superwurf dass dann das pokémon dann nicht rein zu bekommen so das wollte ich sagen habe ich noch nie erlebt ich weiß gleich ob das überhaupt möglich ist so warum wir lang so auf einmal haben wir jetzt gefangen das brauchen wir jetzt nicht mehr da waren wir schon die ersten mal oder du lässt uns das oktober was ist sogar sehr effektiv kann es sein ich glaube das normal effektiv wasser ja bis normal effektiv ist aber level 50 das vieh ist echt stark wer war ein cooles pokémon aber vielleicht schmeißt mir ja für schild auf verschwert meine ich irgendwann ein paar jahren oder so will ich auf jeden fall auch noch mal schwert ins plane ich werde nämlich jedes jahr so ein zwei pokémon let's plays machen und schwert dann demnächst demnächst heißt ein paar jahren und da will ich mir auch noch ein paar pokémon aufsparen aber ich werde sie mir trotzdem auf screen fangen und manche ob ich auch noch gern fangen leute ist anscheinend die richtige fangfolge nichts besonderes anscheinend aber sowas gibt es halt auch ein pokémon das ist das das ist normaler pokémon das war manchmal auch einfach nur pokémon fängt oh das wusste ich nicht that sucks man aua kannst bitte aufhören mit dem kack das macht ja fast gar nichts ja ich würde sagen grasmixer obwohl jetzt ist viel weg nie gar keine lust mehr auf den kampf ja fliegt das einfach weg machen wir das ein andermal mache ich das vielleicht auch screen oder so ich würde ich damit echt nicht langweilen und so bevor ich da jetzt lang gehe rechts geht es lang also würde ich gucken was es links gibt ok hier sind noch ein paar trainer drei stück glaube ich insgesamt ok tauchbar ein ball mit dem sich pokémon die wasserleben besser fangen lassen das wollte ich den ball habe ich gesucht also keine trainer na was sagst du zu meinem geheimstrand er ist ein wundersaust was er ist ein wundersames paradies ok inmitten des kalten ozeans klein aber fein da du extra hergekommen bist habe ich ein geschenk für dich taucher ok war er früher eine vm bis er sagte taucher kein pokémon ins wasser abtauchen wo sie vor gegnerischen eingriffen sicher sind fast wie hier an meinem kalten abgelegenen strand ich finde es ja nett von ihr dass sie mir einen geheimen strand zeigt aber findest du sie auch viel zu kalt hier wie kann sie so gelassen im bikini dastehen ich glaube mir erfrieren jeden moment sämtliche zähne ab denke ich mir auch wie kann man im bikini in so einem biom sein im bikini stelle ich mir sehr schlimm vor sehr kalt oder sie wird allerdings die attacke die man auf dem gegner loslässt müsste müssen auf einen seinen schwachpunkt abzielen mehr steckt nicht dahinter schwachpunkt ja ja ganz wichtig typen vorteile muss man rekenneisen das ganz wichtig mario mario mit seinem charakter mario mit seinem einzigen pokémon was charakter ist was schwächer ist als die kaktos die man hier fangen kann für allgemein die level von den wilden pokémon verkackt in diesem spiel kursi level ab krimi kriegt ja keine levels mehr aber ist auch nicht so schlimm gerade im moment was man was für kursi ich habe krimi gemeint sorry obwohl es nur darauf ankommt vier attacken gerüchte einzusetzen habe ich verloren da ist nicht mehr angegriffen was willst du in der gala region existiert angeblich eine mysteriöse kampfkunst namens barri zu die 1 in den meisterdetektiv eingesetzt haben soll schwarz gehört ich habe keine kam obwohl ich das volok als unser kampffieh unser besonder wird unser kampf tank ähm wo bin ich denn jetzt verdammt will ich hier sein ja ich will hier sein steinhagel ui das wäre interessant scheuer riesige felsen auf die gegnerische pokémon die eventuell zurückschrecken also ich fände das interessant sondern hier gehen wir später mal hin ich will nur jetzt hier lang und gegen die kämpfen krumm ich will mit meinem pokémon eine effektive trainiert trainierte einheit ja sie genau hin und größe dich an unserer stärke ok kein problem so über nächste folge vermute ich mal sehen wir dann den kampf gegen arena lightro 7 wer das auch immer sein mag der war ja beim vorstellen turnierding da war ja dann ja aber gefehlt aber geschwänzt oder er ist krank oder es gibt gar keinen vielleicht sind wir das ja auch vielleicht gibt es ja auch keine challenge man kennt einfach den orden so 49 nice und das nicht so nice aber die beiden welchen finde ich von den beiden besser schreibt es mal rein das wäre ganz cool zu wissen weil jeder sagt noch was anderes 50 prozent sagen das 50 prozent sagen das ein volltreffer rüber dang ich schieße sie doch nur mit meinem james bond finger ab piu piu ja verloren wir sind wohl doch nicht so effektiv wie ich dachte ach macht ihr nichts draus das wird schon wieder ok wenn ich selbst in den ring steigen könnte würde ich so wie die pokémon des chefs bezwingt denke ich zumindest äh denke ich nicht also vielleicht schon mal den camping getroffen mein munkel dass er sich irgendwo in der naturzone auffällt er kann angeblich die farbe seines zeltes ändern bewertet wo auch deinen curry black recht übrigens wenn ihr kaltes oder du müde bist kannst du dich gerne in meinem pokémon etwas ausruhen wie sieht man denn das pokémon anderer leute schon mal jetzt auch einen von der farbe höher so war schossen in v1 hier interessant aha auch hey das die letzte weg nur von molly morba da letztendlich von molly morba ist relle ist wahrscheinlich ein spitzname ich bin mir seltsicht das heißt nicht so wie geht's erzähl mir mehr erzähl mir mehr bis später ok cool Hier ist bestimmt noch ein Item, yep, ein Sonderbonbon, nice. Was ist das für Wokmonie eigentlich, was bist du, was bist du, was bist du? Arctip, ist das neu oder habe ich das irgendwie vergessen aus einem anderen Spiel? Arctip. Sagt mir gerade gar nichts, ist tatsächlich. Also sorry, ne, falls ich den schon in einem anderen Spiel gehabt, aber ich kenne den gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Hm. Vielleicht ist es auch neu, kann ja sein. Hier ist noch ein Item, ein Stück ewiges Eis? Ein Item zu tragen, ein Stück Eis, das Hitzeferlen hätte oder Taken vom Typ Eis verstärkt. Verstärkt. Interessant. So, kloppte Post, Runde 2. Versuchen wir es nochmal. Dumm. Ja, verdammt, die Folge schon so lange. Und warum? Ja, egal. Ich muss ja nicht fangen. Ich würde sie euch zumindest zeigen. Mindestens zeigen, das will ich auf jeden Fall. Weil, ich bin anscheinend gerade zu dumm, um sie zu fangen. Was ist denn das denn so chill eigentlich? Spike fort nach da. Cool. Wie hat mich das Manntags denn jetzt getroffen? Na egal. Irgendwann will ich Manntags auch mal ein Team haben. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht, dass Vieh. Wenn du es richtig trainieren, es sind richtige Attacken gibst. Ich glaube, das kann eine Killermaschine werden. Aber so ein normales Manntags, was man im Wilden findet, das kann nichts. Das, denke ich, wissen wir alle. Okay, ist ein Item. Ein Schützer. Ein Schützens-Item. Steif und schwer. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Wahrscheinlich ist ein Wickel oder so. Sir Chester Bucht. Okay. Hier ist ein Trainer. Guten Tag. Verabschwimmeln bekommt man Muckis. Und mit Muckis teilt man Attacken aus. Was hat das für eine Nase? Der hat auch so einen komischen Strick auf seiner Nase. Seht ihr das? Na egal. Ich will nicht über anderen Leuten's Nase judgen. Das macht man ja nicht, ne? Ein Ausdoss nur. Tse. Ist ja gar nichts. Ich schieße ihn ab und habe keine Chance. Piu. Siehst du? War ich doch. Ich bin 10 Level über dir. Was willst du? Das ist enttäuschend. Hä? Krimi lebt wieder? Achso. Ich war ja im Pokémon Center. Ich bin aber auch echt irgendwie verloren heute. Äh. Zwoller, Krimi und Zilembrim. Alle ein Level up. Cool, cool. Dillim, dillim, dillim. Um meine Miniererlage zu verarbeiten, werde ich ganz, ganz weit rausschwimmen. Oh, der Arme. Es soll ja sogar weißer Schwimmer geben, die den ganzen Tag von hier bis zu den Ufern der Kalos-Region schwimmen können. Bis nach Kalos? Ich weiß ja nicht, wo du sowas gehört hast. Ist ja ziemlich weit weg, oder? Tipps für Trainer. Beim Fangen eines Pokémon kann es vorkommen, dass der Ball nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen tritt umso häufiger auf, je mehr Pokémon gefangen werden. Man nennt dies einen Superfangler, dadurch, dass Pokémon leichter gefangen werden kann. Das kann man beeinflussen? Habe ich das richtig verstanden? So hat es dir jetzt zumindest angehört. Jetzt würden die mir sagen wollen, das kann man beeinflussen. Hi. So, genug aufgewärmt. Dann wollen wir uns mal volle Pult in den Kampf schützen. Du-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Olaf, mit deinem Rosarin, hast du keine Chance? Nein. Die schießen ab. Oh, Fischschwarm. Bam. Ich finde, das sieht eher aus wie eine Weiterentwicklung, aber... Naja. Ich bin ja nicht derjenige, der die Pokémon designt, ne? Zumindest noch nicht. Wait, what? Nein, Spaß. Ähm. Okay, das macht tatsächlich keinen Schaden, aber wahrscheinlich nur wegen der Form. Ja, höchstwahrscheinlich nur wegen der Form. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich dachte gerade. Okay, sofort heilen, sofort heilen. Was habe ich denn vor Eidattacken? Habe ich irgendwas Gutes? Hypertrank. Pschum. Bis zum Reinbauen. Und zack, wieder voll. Aufruhr. Ding, 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 ding. Ich glaube, früher hat Hypertrank 200 statt 150, wie hier jetzt geheilt. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern, was... Habt ihr gesehen, was der für eine Pose gemacht hat? Und so, hey, komm her, komm her. Hey, come on, come on. Ich finde das schade, dass die meisten Pokémon jetzt, wenn die besiegt werden, dann keine besondere Animationen machen. Das haben die früher immer gemacht. Yes, nur eine Pflanzenattacke. Du kommst immer genau dann, wenn ich es dir sage. Spezialangriff senkt bei mir stark, aber komm, das ist mir wert. Gras, nix, das ist so schwach. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Früher hatte irgendwie gefühlt jedes Pokémon... Ne, 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 eine Animation, wenn die besiegt sind. Und hier ist das irgendwie nicht mehr so. Und ein Vylord kommt. Ein Mini Vylord. Ach, wie süß. Guckt euch das an. Er ist einfach geschrumpft. Wahrscheinlich ist es zu lange ein Pokémon gewesen. Ist das einfach geschrumpft. Süß. Süß, kleines Vylord. Da ist er sogar, weil mal größer. Oder zumindest von der Breite her. Von der Länge her bis auf jeden Fall da warst, ne. Erst bei Giga Deinamax hat er fast eine normale Größe. Oder? Warum fast? Ich glaube, man hat eine wirkliche normale Größe. Oder etwas größer tatsächlich sogar. Also Deinamax-Pokomus in der Größe, als ich hier gerade denke. Auf jeden Fall sehr enttäuscht, was sie mit Wynord gemacht haben. Ist viel zu klein, die hätten das viel größer machen sollen. Was heißt viel größer? Auf jeden Fall etwas größer als das. Das ist ja peinlich. Da haben meine Pokémon und ich uns wohl bei den Aufwärmübungen zu sehr verausgabt. Man soll ja alles in Maßen genießen, aber das reicht mir irgendwie nicht. Oh, komm. So, hier bin ich mal. Okay. Na ja, da war die TM. Okay, dann sind wir hier. Wir haben uns die Folge noch. Okay, komm. Hier können wir noch nicht was machen. Hier ist... Nein, da ist noch ein Item. Ich habe nicht. Es ist nur, dass bei einem Agro-Steller beim Schwimmen nicht sofort die Poster ausgeht. Agro-Steller kann Surfer? Das Vieh kann Surfer? Wie surft es? Das Ding ist einfach nur so eine kleine Rübe mit Stacheln um sich drum. Wo kann das Ding Surfer? Oder habe ich es einfach nur falsch verstanden? Ich habe jetzt verstanden, als wenn die sagen würde, dass das Vieh sie drüber getragen hat. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Aber wenn das Vieh wirklich Surfer kann... Was? Das... Das... Das würde ich nicht glauben. Das Vieh kann auch kein Surfer. Bunker? Oh, oh. Schützt sich selbst. Och, nein. Der Hagel. Oh, Gott. No is no fun. Nice. Okay. Ist der ja einziges Boomer. Sind das etwa die Grenzen der Wasser-Pokémon? Nein, es gibt noch so viel auszuprobieren. Und item... Riesen-Perle. Kann man überall angeln, wenn man Bock hat. So, hier geht es so lang nach Spike Pforten. Hier sind drei Steine. Und in der Mitte gibt es einen Top-Elixier. Für die, die das verpassen sollten. Ja, weiß ich nicht, warum wir das verpassen. Eigentlich nicht so. Wirklich, möglich, aber gut. So, unsere letzte Trainerin für heute. Und das ist irgendein Grund hat mich, das ist Montag sie noch angegriffen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber die Trainerin machen wir noch. Und dann werden wir in der nächsten Folge in Spike Pfort ankommen. Und laut, ich sag mal, laut anderen gibt es dort eine Überraschung auf mich. Etwas, was mich tatsächlich überraschen soll. Und da bin ich halt auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ja. Heilen wir mal ein wenig. Ja, no, super tragen. Reicht schon. Vielleicht ein zweiter noch. Ja, komm, reicht. Ich kann auch nicht, würde ich noch schnell machen. Ich hatte gerade eine kleine Pause und bin bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht es aus? Ja. Können wir gerne machen. Ein Ramorite. Das ist viel. Das, das guckt man da. Das gibt es manchmal beim Montags unterm Arm. Oder unter der Flosse, was auch immer. Drei Pokémon, willst du mich veräppeln? Das dauert mir viel zu lang. Du kannst mir doch keine drei Pokémon da ins Kampf geben, ja. Was soll denn das? Ja, immerhin sind sie instant down, ja. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Aua. Vor allem, wenn ich jetzt auch mal getroffen. Manntags. So, sehen wir jetzt vielleicht einen Manntags mit einem Ramorite unten. Warum ist das Manntags jetzt kleiner als die anderen? Oder will ich mir das nur ein? Achso, ist ja H2Oerabsorber. Warum habe ich denn das Buch noch nicht gewechselt? Ja, weil ich dumm bin. Ja, da heizt sich wegen Wasser. Wasserring. Ja, komm. Kehrt, wenn du... Auch wenn es Gehverattacke ist, macht es zumindest Schaden und ich kann sofort tauschen. Zu Houtini. Houtini. Baa, Buh, Buh, Baa. Yeah. Luftschnitt. Oh, oh. Das kommt mir nicht passend. Das ist nicht so gut. Das tut mir... Oh, nein. Oh Gott, das macht sehr viel Schaden. Wasserring? Ja. Uff, wird das heute noch was hier? Mit dem Gewinn? Gewinn, 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 Gewinn? Wird das noch was? Hapflop. Baa, was? Das macht so wenig? Excuse me? Excuse me? Ähm, ich weiß nicht, was ist eine lange Folge wieder. Letzte Folge war schon 34 Minuten. Das wollte ich überhaupt gar nicht. Das waren wir nämlich etwas zu lang. Ähm. Silembrim, welchen Mal. Oh, Kursi hätte ich reintun können. Oh, egal. Ach, Kursi ist schon toll. Silembrim ist auch. Sertum, mein ganzes Tier ist toll. Alles größtenteils voll mit süßen kleinen Schnuckis. Ich kann es gerne mit dem Team ab. Oh, komm, ich will der Taste gedrückt halten. Äh. Komm, Zauberschein macht es schon den Trick. Boah, äh. Langweiler. Kommen Sie in den Brim. Hau ihn weg. Klatsch ihn weg mit deinem eigenen Arm. Vorher hattest du zwei. So, let's Pokémon. Was ist? Kursi Level 45. Nachtnebel. Haar. Was ist denn das? Das Ziel sieht eine Illusion, richtet Schaden gemäß in dem Level des Anwenders an. Äh. Nein, das ist mir zu weird. Okay. Ein Octillery. Habt ihr das schon alles schon gesehen? Diese rote. Den gibt es schon seit Gen... Äh. Zwei? Ich glaub, seit Gen 2 gibt es den schon. Doch, ich glaub schon seit Gen 2. Naja, wer auch mal. Aua. Komm, Sie in den Brim hält das aus. Sie ist eine starke Frau, die schafft das. Na, Sie in den Brim. Naja. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wüsst, ein Like würde mich freuen. Abo, falls ihr neu seid. Intelli Level 50! Die Hälfte haben wir für Intelli schon mal. Juhu. Und ja, schaut auf, wie beim nächsten Mal geht's vorbei. Vorbei. Ich bin eine Meerjungfrau, ich will zurück ins Wasser. Äh. Okay. Weshalb war ich noch gleich hier? Ach ja, ich wollte nach Bären für meine Pokémon suchen. Jo, Leute. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Von. Pokémon Shit. Komm- Untertitelung des ZDF, 2020